Dieses Mal sind wir unterwegs auf dem Wandertreiklang von Mühlacker-Lienzingen und sind gleichzeitig auch auf dem Lienzinger-Weg. Wir sind kurz vor dem Gipfel des Eichelbergs und gelangen zur wunderschönen Aussichtsplattform, von der wir weit über das Land blicken und vor uns Lienzingen erblicken. Lienzingen ist auch der Ausgangspunkt dieser Wanderung und dann schwingt unser Bild rüber nach Mühlacker, wo wir den Sender aufragend sehen. Etwas rechts versteckt sich, ganz fern am Horizont, der Nordschwarzwald. Auch schmal im Pfade geht es weiter. Durch den Wald wandertreiklang im Stromberg-Heuchelberg der absolute Wandertipp.